Das Abrennen von Pyrotechnik ist in Deutschland verboten. Ich wiederhole, das Abrennen von Pyrotechnik ist in Deutschland verboten. Auch Personen in eurem Umfeld werden durch den Rauch geschädigt und können nicht mehr atmen. Ich wiederhole, andere Personen werden durch den Rauch geschädigt und erlasst es. Dramatische Musik Sie sind in der Nähe Dach Stadion Vielen Dank. Vielen Dank. Dann laufen die da hinten doch lang, oder? Ja. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. , , , , , , , , , ,, 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